Das war gerade eben ein Fritz-Pobieter Elgar, das war mit Amor, muss ich ja nicht übersetzen, glaube ich. Das zweite nennt sich Elfentanz und ist von einem David Popper. David Popper ist sehr benignet, hat mich an der erste Spielern, weil er immer interessante Musik, schwere Musik, auch nicht schweigige Musik, aber auch frechne Musik. Das ist immer irgendwann ein bisschen witzig. Und das hat uns ja gefallen. Musik 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 Jenna Musik 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 Musik